Oh, ist das Atta? Atta? Nein, er ist AFK gegangen. Trotzdem Atta. Ich hab Minuspunkte. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde TTT. Heute mit am Start sind Bleddick, Kuckuck, Irixx, alles klar, Erzi. Hi. Chris Gold. Moin. Katsu Mila. Hallo. Fizzy. Hi. Flaik. Hallöchen. Atta Boom. Ich tette Flaik. Danoki Senpai. Hallo. Und ich bin der Lost Devil und damit geben wir die Runde frei auf der Map. Atta, hilf mir nochmal schnell. Power Plant. Alles klar, gut. Also wie ich sag, Runde frei, ne? Ist die Runde frei? Yippie. Okay. Ja. Oh mein Gott. Ich kenne Flaik. Da hat Jamie Klaus getötetet. Alles klar, ich belebe ihn wieder. Es war aber Belästigung des Dätes. Ich musste einfach davon ausgehen. Wer ist das für sie? Atta, ich vertraue dir nichts. Jetzt kriege ich gleich vom Flak einen in den Lauf. Los, ich gucke dich das nach einer. Also Chris ist jetzt wieder die. Okay, er ist gerade im Leben. Er darf nicht reden, aber ist irgendwo safe, ne? Ich glaube, er ist auch drauf. Ich glaube, es ist Atta. Und der tötet wieder den Dätes. Ich glaube, ich muss doch nochmal die Todesstrafe hier machen. Atta, warum ist hier Blut bei dir? Äh. Atta, ist okay. 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 Ach, er ist auch. Ach, er ist auch. Okay, Chris, wir müssen jetzt ausnahmsweise wieder zusammenhalten. Ja, ja, danke. Alter, wo ist denn ich hier? Ja, ja, genau. Übertreib halt. Oh, Shotgun. Hä? Ich hab nur ne Jutsch, ich muss hier weg. Atta ist immer noch ausgerufen, ne? Wo ist der denn? Flatter. Flatter ist gar nicht drauf, ja. Klar. Ich hab jetzt extra nochmal nachgeguckt. Das ist Arix. Das ist Atta. Alles klar. Ich hab ihn. Ja, ich hab's hier sehen. Sehr schön. Oh. Oh, ich will so scheiße schießen. Oh, oh mein Gott. Alles klar. War auch, ja? Nicht okay. Da. Jemand ist hier. Ja, ich esse gerade. Ich esse gerade. Keine Sorgen. Arix, alles klar. Warum stirbst du denn einfach, Flyke? Ja, weil er todesmutig gegen drei Leute ankämpft. Ja, das war auch nicht klar. Ich hab eine Millisekunde zu spät geklickt. Das wäre, äh, er hat sich gleich weggegeben. Erste Runde, Atta und Flyke ein, äh, ein Team. Das, das geht nicht klar. Das ist nicht klar. Ich werde einfach getötet von so einem komischen Dede. Ich find's so geil, dass ich da jemanden mit der YouTube überladet habe. Ach, jetzt geh doch mal weg, Eirex, du blockierst mich. Ja, schön. Das ist ja nicht mein Problem, ne? Und ich habe für sie geschwängert. Kinder, das haut euch nicht immer. Nee, ich glaube nicht. Geh weg! Ach, das war meine. Das ist meine Shotgun. Nein, fetzig dich. Das ist meine. Hey, wo gibt's die Shotgun? Ich vertraue Atta immer noch nicht. Ach, wer hat denn jetzt die Rübe aufgemacht? Eirex! Ja, lass mich doch mal hier drüben. Alter. Eirex! Atta, du machst die Schränke hier kaputt. Geh mal weg. Dann auf die! Die Hegel! Oh, Himmel auf Erden. Oh, was ist denn? Atta! Ich hab zwar auch einen Scout gefunden, aber seht ihr keine Waffe? Dede braucht eine Waffe. Geh weg, geh weg, Chris! Chris, hier! Hier, ich hab... Oh, 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 oh! Auf mich wurden alle Brandgranate geschmissen! Ja, ja, ich hab's gesehen von der Seite, aber ich weiß nicht von... Von dir wahrscheinlich auch noch. Nein, von der Seite. Ich glaube, es war Chris, weil ich hab meine noch. Oh, ich bin hierher! Chris Gold. Einer ist gestorben. Chris Gold ist es, Chris Gold ist es. Oder? Chris? Ne, er hat nicht auch die Schränke. Oh, ist er jetzt ausgerufen oder nicht? Okay, ist Fisi? Ist er nicht. Ist nicht ausgerufen. Einer ist gestorben. Ich hab hier noch meine Granate hier. Schreiten hier alle. Ich geh mal in einen anderen Raum, ich trau' euch nicht. Chris, geh weg. Ich hab Angst vor Danuki. Wow. Chris, lass... Und jetzt auch noch los. Danuki. Fuck. Du wolltest mich fallen. Seht ihr was? Bleib ich? Ach! Jawohl. Lass mich doch mal alle. Lol. Chris, Alter. Chris, was machst denn du hier mit der Tür? Er hat mich verschossen. Er drückt, meine ich. Ach so, ach so. Ich brauch' ich vielleicht mal ein bisschen Hilfe vom Detective, der da noch lebt. Ich weiß nicht, Detective? Detective! Oh, ich glaub' der liegt da hinten. Ich weiß doch gar nicht, wer den umgebracht haben könnte. Was ist das hier? Was denn? Oh! Nicht näher kommen. Ja! Muss ich dich leider töten. Guck mal, da ist. Tut den. Oh je. Das wird nicht gut ausgehen. Er ist überall fest hier. Er ist überall fest hier. Okay. Ja ja ja. Okay er sie ist es. Mann. Ja ja. Ja ja. Könntest ja mal dein Köpfchen um die Ecke strecken. Oha! Oh mein Gott! Los weiter! Attacke! Ah! Ah mein Gott! Ah mein Gott! Ohne Witz! Was ist mit Flight los? Du lässt dich töten. Ich bin enttäuscht. Ja was soll ich machen, weißt du? Ich wusste ja nicht mal, dass irgendwie alle schon tot sind. Weil keiner von euch hat nur ein Pieps gesagt. Ja doch, ich hab' was. Es war so geil, irgendwann stand hinter mir und ich mit der AK in der Hand und ich denk' mir so. Ja, wenn du genau mit dem Rücken zu mir stehst, seh' ich deine Waffe nicht. Du drehst dich um, in dem Moment hab' ich dann auch geschlossen. Ja, aber das reicht nicht, weil wenn du dich umdrehst, dann ähm. Ja. Das war's. AK, ich war direkt hinter dir. Das ist... Ey, man geht doch ne Shotgun. Das ist ne Shotgun. Tötet den in dem Raum, das ist meine Shotgun. Nee, das ist meine. Jetzt nicht mehr. Loll, kann man hier hochk... Loll, wieso kann man hier hochklettern? What? Nein, weil's geht. What the fuck? Ich will meine Deagle. So. Jetzt bin ich zufrieden. Warte, der kriegt noch ne Granate. Hier. Da liegt ne Shotgun. Alter, hier wird ne Shotgun weg. Wo sie hin? Nein! Hier. Meine. Alter, hier brennt alles, man kann nicht mehr holen. Ich weiß auch, wo Munition ist. Jetzt könnt ihr mich mal. Das war ne heiße Angelegenheit auf jeden Fall. Was wird denn eigentlich gezeugt hier drinnen? Schon wieder nur noch 62 Leben. Heel Station steht oben. Ja, toll, da stehen auch noch zwei Traitor. Was machst du da? Ich will wissen, was ist jetzt. Ein Anoki und ich weiß nicht wer. Achtung, ich mach'n fetter. Ah, ich brenne. Ich brenne. Du! Lass mich alle in Ruhe. Ja, aber guck mal, was du da machst. Ja, du hast da gerade, du hast da gerade, du hast da zu diesem Dingsteil geguckt. Gibt's auch zu, dass du gekauft hast. Was hab ich gemacht? Du hast gerade was gekauft. Du hast gerade was gekauft. Das ist immer noch. Ach, sieh, sieh stehen zwei bei mir. Weg! Ah, hab dich im Auge, Alter. Oh, keine Sorge. Wenn ich heute gewesen wäre, wär 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 schon weg gewesen. Oh, sorry. Los, geh weg! Bin ja, ich hab' nicht nur ne Waffe. Also diese Runde bin ich durch. Ich hab' irgendwie das Gefühl... Let's go! Ja, genau! Weil ich schon fünf Mal am Anruhe. Ja, das ist nur ein Granato, oder? Bin ich's. Nein, nein, nein. Ja, dann, okay, weg. Hey, komm! Musste das sein. Hier ist ja auch immer jemand gestorbelt. Ja, der Dete wurde umgenietet. Ich komm' nicht ans Feuer ran. Ich komm' nicht ans Feuer ran. Äh, ans, ans, an die Heel Station. Aua, 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 aua. Ach man, wir hatten da teuer schon wieder geschmissen. Danke für den Ausgang, Lost. Hä, was? Äh, hier liegt ein, hier liegt ein, wie heißt das Ding? Ah, ne Heel Station. Ah, ne Heel Station. Doch, Mann! Oh, schön. Ein Casu liegt hier. Gastu, aber bitte. Hm. Lost, die vertraut irgendwie nicht wirklich. Ohne Scheiße, ich vertraue dir nicht. Obwohl, du hast so'n komisches, du hast die, die Hut. Damit kannst du ruhig auf mich schießen. Ja. Passiert mir nicht viel. Sind wir schon wieder alleine? Ne, ich dachte. Wo? Ja, komm. Was sagt ihr denn alle? So ne langweilige Runde, wenn ich jemanden von euch sehe. Jaja, bin unterwegs, Alter, bin unterwegs. Scheiße. Könnt ihr die Scheiße endlich mal lassen? Mit dem Grandelanaten? Hä, warum hab ich denn so viel Karma gemacht? Warum da war ich? Nein, unten. Unten lagen auch schon welche. Ja, da war ich. Ich hätte nicht viel vertraut sein. Ne, du weißt nicht, woher da hat Trellter geworfen? Einer hab ich geworfen. Was ist Trellter? Nein. Verdammt. Das heißt, alle Traitor haben die Granaten geworfen. Passt doch. Ja. Trotzdem muss ich wohl aufgehen. Warum ich so wenig Karma habe. Alter, Devil, das läuft bei dir aber. Ja, keine Ahnung. Könnt ihr jetzt mal aufhören mich zu schlagen? Nein. Was ist denn Scheiße? Ich weiß nicht, nein. Und übrigens, Bledic, du hast recht, Flagg und ich waren das zweite Mal zusammen Traitor. Ja, klar. Das geht gar nicht klar. Geh mal weg. Aber hast du das im Traitor-Chat gar nicht gelesen gehabt, was ich geschrieben hatte? Ja, ne. Wolltest du die etwa für deinen Traitor-Kollegen aufheben? Ich hatte nach einer Bulldozer rum da gefragt. Genau. Ja, 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 ja. Vorsicht, hinter mir brennt's. Ich sag's dir noch. Ich sag's dir noch. Ich sag's dir noch. Ich sag's dir noch. Ich hab wieder noch was da. Hütt' rüber, hütt' rüber. Sanoki. Was stehst du da so hinter der Tür? Waaaah. Barrik, geh weg. Ich würd' sagen, wir verbarrikadieren die Tür. Bist du Inno, oder? Ja, ich bin Inno. Okay. Und eigentlich, ich wollte dich direkt mit dem Dummerang abschmeißen. Warum hab ich mich nicht getraut? Sind wir sicher hier voll in den Traitor? Lennik! 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 Oh Gott, die schießt auf mich und rufen meinen Namen! Lennik hat jemand erschossen, oder? Warum mitten ist bei dieser Schnee bei mir? Nö. Oh Gott, da kommt jemand. Ey, sind immer irgendwo... Könntest du noch ein bisschen draußen? Dein... Ey, Atta! Ey! Das geht noch mal gar nicht raus. Ich hab Angst. Nimm dir mal die Regale. Die sind stabiler. Moment. Nö. Der schießt auf vier Regale auf einmal. Ja, ich bin halt nur der Muskelmann. Ganz hart punkten die Woche, oder? Ja, ja. Ja, viel schaff' ich aber eins nicht, oder wie? Oh, da ist ein Traitor vorm Raum. Oh, oh. Ey Leute, ich habe eben vier verschiedene, aber ein einzeln nicht. Nicht umgeben. Ja, klar. Immer wenn ich um die Ecke komme aussehe, vermuten... Irix, Atta, direkt vor der Tür. Also im nächsten Raum ist ein Traitor. Wow. Geplatic ist da auch. Hier sind zwei. Hier liegt übrigens ein Melanon Scham im Boden. Hebe drauf. Ne, dann werde ich gleich ungenietet. Ja. Von Irix, Flight und mir nicht. Wir sind hier safe. Ja, ja, genau. Wir verbuddeln uns hier. Wir verbauen uns hier. Erstmal schlender gehen würde ich mit dieser Kiste alles. So. Oh, toll. Alles war sehr gut. Kaboom. Da hat er einen Askan gemacht. Töten? Oh, du bist auch, du Ratte. Sehr schön. Wow. Oh. Fledig. Ja, klar. Alle rufen uns ja immer meinen Namen. Fledig ist das. Nein. Ja, genau. Bist du nicht immer in meiner Nähe und rufst meinen Namen. Hm. Wer lebt denn jetzt alles noch? Hallo? Hallo? Hallo. Ja. Ja. Vielleicht Angst. Wie geht's denn eigentlich weiter hier? Yo. Ich ist kein Dreck. Sag dich doch blättig. Vielleicht warst du schon wieder. Was? Was? Ja? Warst du das wirklich? Nö. Achso. Wollte schon sagen. Das war... Ich weiß nicht. Entweder... Nein. Ohne Witz. Die Runde startet und ich hab nur noch 80 Leben. Was soll der Scheiß? Du hast es ja auch verdient. Danke. Nein! Hey! Wer hat mir meine Shotgun abgezogen? Ich! Welche Sau! Ich! Ich! Oh. Willst du lass mich Trader werden? Lass mich Trader... Okay. Ja. Nein. Jetzt nimmt er die Shotgun 8-Tops auch. Kannst du mich mal? Und gleich wird mir die Shotgun. Ja. Gleich hier. Ich hab's hingestossen. Nee, nee. Das passt schon. Behalt. Ach, da geht's weiter. Was ist eigentlich so im Raum drin? Der war ja noch nicht drin. Warum flackert der hier? Oh. Nein. Das ist der Flacker-Boom-Raum. Flackerraum. Lass mich in Ruhe. Wer jetzt reinkommt, stirbt. War was für eine Waffe? Weil ich noch keine Waffe habe. Oh, da kommt noch der Krill. Leute, wieso die Kinderleiche? Weil sie tot ist. Na. Ja, vorbei hier. Kasu, komm mal zurück. Hier nicht weiter. Kasu, komm mal zurück. Komm mal zurück. Kasu? Ja. Komm mal zurück. Komm mit. Hier, ähm, mit den Treppen runter. Jetzt geradeaus dichter Waffe. In der M16. Völlig schnell. Yay! Ah, ich weiß jetzt, warum ich so wenig komme. Devil, Devil, Chris Gold, ihr beide schießt euch gegenseitig ab. Chris Gold ist es, Chris Gold ist es. Oh, geht weg. Kasu, Atta, Fizzy, alle hier in der Nähe. Ich bin doch gar nicht bei dir daneben. Ich hab dich doch gesehen. Du stehst doch vor mir, Vogel. Ah, ich belebe ihn mal. Fizzy ist ja nicht wieder auf ihn schießen. Naja, ich stehe aber hinter dir, du Vogel. Devil is safe, Devil is safe. So, ich verhunzt jetzt mein Karma. Also mein Karma wird runter sein, weil ich als Dete ja... Dete. Dete. Was? Dete. Hier, Dschihad. Boah. Feuer is all, Dschihad. Ja, dann nimmt sich halt unsere Traitor D. Also Atta hat das Ding geworfen. Ja, aber mit Kuh. Ich werfe die nur mit Kuh. Ach so. Ich hab mich grad schon gewundert, wann sie explodiert. Schon die ganze Zeit so draufgeguckt. Warum ist hier oben die Tür zu? Ja, 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 ja. Wieder zumachen. Boah, ist das Kasu? Nein, du behältst sie. Kasu schau. Was will ich denn die ganze Zeit rum? Oh, einmal, einmal schießen. Nein, du. Kasu, einmal schießen. Nein, du behältst die Bombe. Oh, ja. Okay, es reicht mir jetzt. Keiner bekommt die Bombe. Du machst die Dschihad. Hä? Ach so, ich hab falsch rum geworfen. Na, toll. Die sind doch nicht so geworfen. Schreibt wieder auf. Geht jetzt nicht dahin. Boah, die Tische und Stühle sind viel zu buggy. Wer Dete anmehrt. Alle mal herren, alle mal herren. Sie sind sie. Das brennt da. Ja, ja, hab ich jetzt, ich hab den Namen. Leute, herrhöhen. Deteanweisung. Wer kann momentan die Dschihad in seinem Inventar hat, sprengt sich jetzt sofort in die Luft. Jalalala. So, kann man euch aufheben. Klar kann man die aufheben. Ich hab's nur auf dem Dete vor die Füße geschmissen. Atta hat was im Inventar. Okay. KST. Atta, Atta. Ich hab Atta vertraut. Atta? Warte mal, war Atta nicht der Dete? Nee, ich bin Dete. Also eine gegen Atta oder was? Ja, ich mach doch gar nichts. Ich spiel mir selbst. Ich setz mich für Atta ein, er ist es nicht. Ja, dann bist du's. Ich war die ganze Zeit mit Los Level unterwegs. Ich hab nichts aufgehoben. Fieße, geh weg. So, danke. Wir spüren einfach Atta mit den Dete ein. Wir werden überlegen. Ich muss hier weg. Ich bin mit Atta. Jalalalalala. Der Traitor muss langsam mal loslegen. Die Zeit hat er nicht mehr Atta. Die Traitor? Das sind zwei ja noch, glaub ich. Ja, wir haben drei Traitor. Ach, Atta? Komm, wir sind alleine. Schlobar-Challenge, oder was? Ich spiele hier. Du willst es doch. Kasu? Dann logiere ich auch schon eine Leiche. Oh mein Gott. Alles klar, ich hab's gesehen, von oben. Ja, scheiße. Ich weiß nur, wie wer oben ist. Also ich bin schon mal hier unten. Ja. Das heißt, alle, die unten sind, würde ich ja fast sagen. Geh mal in die Scheibe-Richtung. Ja, und Atta auch. Der hat gesehen, dass ich hinsicht. Ja, ich hab... Meine Stadt kam das leer. Lass mich mal vor. Bring mir mal das Schlampe bei. Hier hat einer gefuttert. Lass mich mal durch. Bleib da stehen, wo du bist. Ja, ich hänge fest. Wieso? Fizzy. Fizzy ist auch mal hier. Hä? Ey, Atta, bring mir mal das Schlampe bei. Ich will da jetzt mal hochkommen. Ja. Springen und gleichzeitig Steuerung drücken. Kasu? Ja. Äh, komm mal her. Ich brauch dich noch. STRG. Für den Fall nicht mehr drin ist. Vorsicht, Erzi kommt rein. Das funktioniert nicht. Erzi? Du bist inno, oder? Aber er war inno. Ey, warum schießt... Warum sagt er das? Er hat nicht geschossen. Atta durst du nicht geschossen. Er hat die J hat in der Hand gehabt und hat durch der Deta-Anweisung gefolgt. Aber das ist ein anderes Ding. So, Deta-Anweisung immer noch. J hat tot. Und Atta lebt. Oha. Atta ist es? Tschüss. Tja. Atta ist es? Nein, es hat sich gerade in die Luft gesprengt. Hat die Deta-Anweisung gefolgt. Der ist der einzig wahre hier. Ja. Hier, ich bin's nicht. Äh... Devil, lebst du noch? Vielleicht sollten wir Atta umbringen. Atta ist tot. Der hat sich gerade selbst hochgegangen. Echt? Echt? Der Devil ist auch tot. Ja, Devil liegt doch hier. Ja. In dem Raum. Katsu ist nur noch hier. Wieso nur noch? Also, ich glaub, entweder Katsu oder Fizi. Katsu? Äh... Ich bin mir auch nicht ganz sicher, blädig. Ich komm ja nicht mehr runter. Ach, jetzt. Ich hätte... Ich hätte Atta vorhin so oft killen können. Ja, absichtlich. Wir waren allein in einem Raum. Ich glaub ja, dass es Katsu ist. Warum? Müssen wir Jagd auf Katsu machen? So, der gute Atta liegt wieder. Weil du schneller in der Nähe warst als Fizi. Huh? Fizi gerade nicht finde. Ah! Ach komm schon. Jetzt zeigt mir nicht, dass du auf Katsu bist. Ja, Katsu ist... Katsu ist... einfach mal in die waffe laufen ist einfach in die waffe gerannt ich hab mich identifiziert sah aber so aus nee ich bin aber der was doch die Türen nicht mal ganz ehrlich ich komm da nicht schon richtig zu bringen hey jetzt hört doch mal auf mich zu schlagen irgendjemand macht's nicht jahpsichtig jedes Mal das war der vor dir Mann ja genau und dann schlag mich halt noch mal vor mir war keiner hey vor mir war aber noch einer meinte ich nein na klar nee, komm mal weg ja wer hat den Molotov damit nein, meine Schatgarn weg oh, ihr brennt das ist meine Schatgarn nehm ich nicht er hat sie ist da gar nicht getötet er ist er? er ist er? ich hab ihn mal weggemacht, mal afkar nein, er ist afkar gegangen ich hab ihn mal weggemacht ich hab Minuspunkte was ist denn überhaupt Eirex auch aber warte jetzt weg, ich bin nicht zu dumm kaputt du stellst hier hin die Steuerung ist hier unten links die Taste und da bist du drauf und nach vorne drück dabei alle drei Tasten W, Leertaste und Steuerung ich hab ihn nur weggemacht, weil er afkar gegangen ist ich kann ja nicht hoch, ich bin zu dumm kaputt dafür ja, dann solltest du noch zuhören, wenn die Leute sagen, dass sie afkar gehen ich empfehle jetzt eine Granate rein, so um die Kissen kaputt zu machen, ne? so guck mal, ich hab's gescheitert wer da in die Nähe geht, hat selber Schuld ja, ich bin zu doof dafür ich krieg das doch echt nicht hin irgendwie Chris, warum bist du so sch- what the fuck war das gerade? irgendjemand ist hier gerade verreckt vor meinen Augen ich bin hier lieber weg da, komm da, verbrennst du vorsichtig? Pledding? Carsey? ja unterwegs noch einer Hallo Herzi ist auch noch da ich bin auch noch da alter oh oh tschüss wow okay, ich glaube was hast du überlebt? erzi 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 ja, du hast mich ja mitgekillt in dem Moment, in dem Moment, als du an Alrex vor 2 gegangen bist, mit dem Essen wusste ich, dass du es bist keine Reaktion aber mit Danoki hab ich mir gut rausgeredert hat er gesagt, dass er auf keine Reaktion ist hab ich gar nicht mitgekriegt aber Alrex wird von mir schreiend ausgerufen wird von Chris ausgerufen ja, von mir ja auch noch davor ich hab ja auch noch achso erzi hast du gesagt ja, und Ayrex hab ich gesagt achso dann warst du tot ja aber ich mein Chris, lass die scheiße mit den Crowbars ohne Witz Klaut er mir die Shotgun ich hab Danoki mal als Kopf runtergenommen weil, äh, letzte Runde Ayrex, ich vertrau dir nicht ja, wo geht's denn hier hin? werte man auch nicht, aber trotzdem bin ich für diese Runde innocent ich bin auch, äh, innocent rückwärts geschrieben L-O-T-L-A-T-R-F-S ich kenn das hier auch noch nicht i ist hier ein Traitor drin? doch nee es ist Chris Alter Lost und Flyg, beiden Vertrauen erzi, lest du noch? ich hab ja eben grad gesagt ich wollt mir nur mal hier weil ich war ja noch nicht drin ich wusste gar nicht, dass hier was ist Chris Gold was ist, was ist mit Chris Gold? oh, 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 oh er hat mein Chip gezündet er ist ich blende Chris Gold und Fissi Silber, ja? Chris, es ist Chris Gold ich hab ihn geschossen äh, nein, ich hab ihn erschossen ich hab auch auf ihn geschossen einer ja, aber mit der Shotgun ist er gestorben ja, gut, okay, ich hab die ich hab jetzt noch den lebt er noch? oh, den ist Flyg was soll ich dazu sagen? du alter Traitor Boy komm mal jetzt hin und hier ist Flyg, der ist durch ihn geschossen ich trauere, ich trauere euch jetzt nicht den traust du nicht? geh weg, hier ich hab mich hier unten in Ruhe hier liegt ein toter Atter äh, nice toll warum schießt du mich an? was tut ihr? da war eine undingsleiche die erschossen wurde und da dachte ich du, ach quatsch, ich bin tot ich darf nicht ja, ja, gut aber warum schießt du? Entschuldigung ey, ist das ihm wenigstens aufgefallen ich hab Schaden bekommen in der Sekunde ja, ich war es aber nicht äh, erzie, bist du tot? ja, ich lebe noch nein, er sitzt da ja, ich wollte da jetzt nicht reingehen und dann krieg ich auch eine Shotgun ins Gesicht nee, ich hab Schaden Katsu ist ja sehr schussfreudig okay, ich hab gerade den Shotgun gekriegt okay, ich hab gerade den Shotgun gekriegt darf ich mal dahin, danke da bin ich mal eine richtige Waffe jetzt hat sie auch noch Munition dafür ja ja ja, fuck stell dich vor ich will weg ich will weg geht's hier hoch? witzig, ne? ja schon treu hier ich häng hier mitten in der Luft ich häng hier mitten in der Luft irgendeiner ist gestorben ach, da ist ne Kante in der Luft Moment ach, das kommt doch zum Kotzen hier ist keine Leiter, oder? ach doch ach doch was vielleicht ach so, du bist tot ach, das Geländer funktioniert nicht ach, das Geländer funktioniert nicht ich bin alleine oh hallo? wofür? hallo? ich will jetzt die Leifel so alter, da hat jemand geschossen so 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 erzi, lebst du noch? lacker rum nein, Irex es lebt anscheinend so gut wie gar keiner mehr es muss einer von uns tragen sein ok, ich sehe nur noch Katsu und Fizzy da noch zwei Traitor sind seit ihr beiden es das ist doch ganz einfach ok, ich glaube damit hat sich gerade Katsu erledigt Katsu? anwesend hm, ok nach da hockst du man, ey, du bist doch doof, ey nö, bin ich nicht oh doch nö, nö, nö ich kann hier einen bitte? warum nicht? einfach so also ich habe keinen Zeitdruck ne ich bin nebenbei ja ja, verdammt warum stirbst du nicht? weil ich gut bin so doof einfach mal sterben oder so? nein, du stirbst zuerst gut gut zur Hölle ist er ey, alter ich hänge hier heute echt überall fest ach, das ist so eine Munition für die Waffe zieh mal eine an hopp das ist mies jetzt komm raus ich krieg die Waffe nicht, ich glaub's nicht ja, dann gibt's so eine schöne Rifle, weißt du fick dich jetzt das war's, du hättest einfach nur eh drücken müssen echt mal, mann nein, bleib wieso hab ich die Waffe nicht gekriegt die liegt vor meinen Füßen und ich krieg die Waffe einfach nicht mehr eh drücken eh drücken das ist ne Spezialwaffe ja, die wollte bei mir nicht guck, mein eh drücken hast du auch was zum Slottern gehabt ach, ha, die ist eh leer hätt ich mir das klar für die Optik gut, okay, und das war's dann auch wieder mit dieser Runde von TTT ich hoffe, euch hat's wieder gefallen schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei, links zu denen sind in der Beschreibung und bis dahin, ciao Ciao Ciao